Heyho und willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Schwarzmarkt Positionsvideo. Wir befinden uns in der 73. Woche des Schwarzmarktes, beziehungsweise in der Woche vom 25.8. bis zum 1.9. Der Planet, auf dem wir uns befinden, ist Pandora. Die Zone ist schon wieder die Einöde, irgendwie wie gesagt, habe ich das Gefühl, dass die Zone sich irgendwie immer wieder ein bisschen wiederholen. Wir müssen allerdings nicht hier in die Ecke, sondern wir müssen hier vorne in diesen Gang, also rein theoretisch auf den Weg zum dritten Typhon-Log, wir müssen hin. Ich zeige euch natürlich trotzdem einmal den Weg und rede währenddessen darüber, was es diese Woche so schönes gibt. Diese Woche, muss ich sagen, ist eine relativ enttäuschende Woche, muss ich sagen. Ich finde sie zumindest sehr enttäuschend. Die Waffen sind ganz okay, die da drin sind. Das können wir so nehmen, wie es ist. Allerdings muss ich sagen, dass diese Woche zumindest von mir keine Kaufempfehlung rausgeht. Wir haben einmal den Phaser, einmal die Bitch-SMG und einmal die Gunnerang-XL. Ich glaube, es ist Gunnerang, nicht Boomerang, sondern Gunnerang-XL. So, wir wollen hier rein und sehen da schon um den Automaten. Stirb, Warkit, du stirbst auch. Ihr stirbt auch kurz, bitte. So, nicht mein Auto dabei töten. Zack, wir sind schon da. Easy Snack. Wir gucken trotzdem einmal rein, wie gesagt, einmal den Phaser, einmal die Bitch und einmal hier unten. Bangarang, nicht Gunnerang, nicht Boomerang, Bangarang. Entschuldigung, mein Fehler. XL. Wie gesagt, die Waffen sind definitiv alle solide, keine Frage. Allerdings würde ich behaupten, oder beziehungsweise ich spiele mit diesen Waffen ungerne. Wenn ich eine von den drei empfehlen müsste, dann wäre es aber definitiv der Phaser. Heißt, ihr müsst entscheiden, was ihr macht. Ich muss sagen, wie gesagt, die Woche interessiert mich leider so gar nicht. Macht damit, was ihr wollt mit der Info. Denkt aber bitte dran, wenn ihr mit dem Automaten hinterher gebt habt, das heißt etwas gekauft habt, danach die Zone, das Spiel oder whatever verlast, verschwindet der Automat für ungefähr eine halbe Stunde. Danach könnt ihr wieder zum Automaten hin. Der Automat hat dann einen neuen Roll, heißt neue Gegenstände. Das heißt, ihr könnt auch verschiedene Elemente auf den Waffen fahren oder den perfekten Anointment farmen. Oder ihr kauft euch einfach die Waffe und re-rollt das Anointment bei Crazy Oil. Wie ihr das auch immer machen wollt. Denkt aber wie gesagt dran, eine halbe Stunde ist der Automat weg. In der Zeit könnt ihr machen, was ihr wollt, was weiß ich. Geht euch rasieren oder farmt halt für Geld, um neue Waffen zu kaufen. Und danach kommt ihr wieder hin. Nochmal schnell zur Erinnerung, wir sind auf dem Planeten Pandora. Wir sind auf der Zone, die Einöde. Und wir müssen hier rechts, ne gar nicht, links. Hier ist die linke Seite der Map. Links in diesen Aufgang, wo auch das dritte Typhon-Log ist. Ich empfehle euch dementsprechend, spawnen beim Highway. Dann müsst ihr nur von hier nach da und nicht von hier unten nach da oben fahren. Ist Geschmackssache. Wenn ihr die zenerische Fahrt genießen wollt, dann könnt ihr auch gerne dahinten spawnen. Lohnt sich aber nicht. Das, was aber auch schon wieder gewesen sei für diese Woche. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein.